Hallo und Moin Moin! Oh, Teufel, Spock ist auch wieder dabei! Oh ja, oh ja, oh ja, ich seh schon. Da schwimmt doch was. Irgendwo? Der gefällt mir nicht. Warum gefällt denn der mir nicht? Ist denn das den geblieben? Au! Scheiße, ich hab doch gesagt, der gefällt mir nicht. Sauerstoff tanken an der Pflanze. Moment, Pflanze. Hinter dir. Was macht denn die Schweinebacke hier? Da oben. Du hast ihm deine Futterstelle hingesetzt. Das ist meine Futterstelle jetzt. Können wir das Ding nicht ausschalten? Klar, kannst du das Ding ausschalten. Dann ist er nämlich wieder weg, ne? Wer weiß. Äh... Warte mal, wo ist denn unsere... Ost plus... Du bist direkt schon da drüber. Du brauchst dich jetzt nur noch nach dem Kompass auszurichten. Ost plus 2. Ost plus 2, haben wir gesagt. Moment. Ost plus 2. Okay. Dann schwimmen wir über den Berg. Und immer schön über Bodenniveau. Ja. Ein bisschen tiefer, so müsste es gehen. Und mach mal Licht an. Ups. Runter, runter. Immer über Bodenniveau. Ja. Das ist schwierig gerade. Da ist ein Krebs. Stopp mal. Guck mal rechts. Moment. Das müsste, glaube ich, ein Diamant sein, ne? Jo. Diamant. Ist das links? Ne. Das ist ein Stahl. Uninteressant. Okay. Huch. 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 Nein, nein. Nein. Huch. 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 Verdammt. Wir verlieren doch wieder die Richtung. Oh, jetzt bin ich ja völlig aus dem Häuschen hier. Ost war das, ne? Ost. Ja. Umdrehen, umdrehen. Äh. Ost ist, glaube ich, nicht so gut. Ich mag nicht nach Osten. Ich mag nicht nach Osten. Was war denn jetzt? Basis war da. Wir sind genau in dieses Gebiet geraten. Ja. Ne, wir sollten doch mal die andere Richtung versuchen. Äh. Äh. Ich geh mal, fahr mal ganz zurück, ne? Jo. Damit wir, äh. Genau. Das müsste da schon sein. So, dann geh ich mal über den Scannerraum in Position. So, jetzt hatten wir noch aufgeschrieben. Südort. Südort plus eins. Ja, genau. Gut. Ab die Post. Das ist Diamant. Ne. Silizium. Äh. 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 Quarz. Entschuldigung. Ja, Quarz. Stimmt. So. Tja, tja. 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 Oh, warum muss das ja ausgerechnet gleich so ein schweres Gebiet sein? Tja. 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 ist noch relativ sicher. Okay, das war Nummer vier, vier. Okay, so, gleich erledigt. So, und weiter geht's. Nee, da ist nichts. Südost, südostalang. Guck mal, unten links. Quarz, Quarz. Das ist aber auch ein ungrünsches Gebiet für uns. Stopp, nicht weiter. Mist, wir sind genau wieder in diesem Gebiet. Naja. Warum gefällt mir das nicht? Wir haben auch überhaupt keine Wirklichkeit. Ost, was war denn mit Ost? Da müssen wir mitten durch. In jedem Fall immer mitten durch. Ich glaube, wir versuchen es doch mit dem anderen Eck, ne? Das hat so keinen Sinn. Wir müssen wohl oder übel in die Tiefe. Ich muss nur erstmal da drüber. Steig hier mal aus. Jawohl. Soll ich da mal runtertauchen? Kannst du tun. Ja, okay. Nicht, muss ich anlassen, sonst finde ich das Ding nicht. Okay, äh, gut. Und da klopst du ein paar Steine kaputt. Vielleicht haben wir ja Glück und finden Silizium in irgendwelchen Ablagern. Ja, Moment. Äh, Silizium, äh, Magnetit. Also Sandstein brauchst du überhaupt nicht aufzukloppen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Oh, was ist das? Achso, das hat man glaube ich schon, ne? Haben wir das schon, Moment. Ich glaube, ne, noch nicht. Tatsächlich, das haben wir noch nicht. Okay, da hinten ist aber auch was. Oh ja, ich glaube, da gehe ich nochmal hin. Ich glaube, das Ding hat man schon gescannt. Das sieht so aus. Da ist ja auch noch eins. Vielleicht haben wir das gescannt gehabt. So, das sieht fast so aus. Guck mal, gerade nach rechts. Rechts, ja. Ah, ne, da ist nur ein Steil, äh, Grafik. Okay, weiter. Wieder auftauchen. Ja, ich gehe zurück zu unserem Bildschirr, wenn ich es finde. Äh, pack das mal weg und dann mal den. Ne, nicht den, den. Wir brauchen Luft, Luft, Luft. So, wo ist es denn jetzt? Das hat mir hier irgendwo geparkt. Da haben wir es geparkt. Oh, die Messinger ist halt. Hups, nein, weiter. Okay. Schalten wir das Licht aus. Du bleibst, die Sehbahn kannst du dir hier lassen. Guck mal, gerade ein Stück nach links. Ja. Moment. Noch ein Stück, stopp. Und jetzt ein bisschen runter. Da liegt was, ne? Da siehst du ja diesen grauen Stein, ja. Und nach denen halten wir jetzt mal ein bisschen Ausschau. Okay. Und klopfen die kaputt. Ja, ist gut. So. Komm. Einmal kurz klopfen. Was war denn das? Auf jeden Fall kein Dings. Moment. Ich will hier nochmal schauen, ob hier noch was... Da war noch was, ne? Da ist noch so ein grauer, ne? Jo. Das ist Silbererz. Das will gerade Silber, ja. Das ist doch gut. Dann haben wir schon mal ein bisschen Silber. Nicht darunter. Oh, guck mal da. Blei. Ne, Lithium. Ne, Lithium. Hurra. Cool. Aber immer noch nicht das, was wir brauchen. Ne, das ist nicht das Richtige. Wie sieht mein Sauerstoff aus? Im Moment noch gut. Da ist sowas. Guck mal hier. Ne, das ist wieder nur so ein Fehler. Das ist kein Fehler. Das ist einfach nur Grafik. Oh, da ist so nice. Jo, ich geh mal runter. Ich glaube, ich muss hoch, ne? Nö, nö. Signal, location, upload it to PDA. Was? Was war das? Auch mal auf. Jo. Gerade hoch. Gerade hoch. Ich glaube, das reicht, ne? Jo. Super. Oh, das dampft sogar hier. Okay. Gut. Und, noch mal runter? Jo. Geh mir also der Tüchte. Ich will nur Steine haben. Ich will nichts von dir. Du dummes Vieh. Ha! Da habe ich aber Schwein gehabt, wa? Oh Mann. Runter, weiter runter. Faut mal den Canyon hier. Ja. In die tieferen Region. Nach rechts. 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 Ja, mache ich das schon. Ich nehme mal den Diamant mit. So. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Was kommt da? Blei. Diamant. Nicht da lang. Nicht da lang. Das könnte bloß sein. Da lang. Ja. So, Titan. Ich gehe mal hoch. Wegen Sauerstoff gleich. Da. Da. Wir haben es. Ich glaube, wir haben eins. Reicht das erstmal eins? Ja. Ja. Super, dann gehen wir sofort zurück. Ich will aus diesem... Ja, dann tu das auch. Äh. Moment. Wo ist mein Bötsche? Da. Rechts. Diesem Canyon einfach folgen. Ja. Einfach dem Canyon jetzt hier folgen. Ja. Ja. Einsammeln. Dein Sauerstoff. Ja. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Wir beeilen brauchst du dich nicht. Nur halt, wenn du jetzt noch da stundenlang... Äh. Ups. Steine klopst dann, äh. Oh, Mann. Die Tastatur. So. Jetzt haben wir doch, was wir wollten. Äh. Wartungsauftrag. Ja, können wir uns gleich drum kümmern. Okay. Äh. Da ist Basis. Diesen Richtung. Ich bleib mal auf der Höhe. Nein. Auftauchen. 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 Ich mag die Geräusche nicht. Deswegen solltest du ja auch auftauchen und direkt in die Richtung, weil sonst wirst du nämlich wieder bei den Viechern gelandet. Wie weit können wir denn auftauchen? Du kannst das komplett auftauchen, aber brauchst ja nicht, weil, ne? Wir sind eh da. Genau. Der ist ja auch immer noch da. Na gut. Ja, ich geh jetzt ja ganz bewusst in die Ecke, du. Ist er weg? Jo, ist weg. Nö. Ne, da ist er. Okay. Und rein. Wie kriegen wir den denn wieder los? Mei, du Blüte. Das ist ja böse. Wo willst du hin? Äh, keine Ahnung. Ich überlege gerade, wie wir den loswerden. Da laufe ich. Der ist doch uninteressant. Jetzt gehst du zum Scannerraum. Gell? Scannerraum? Ach, das mussten wir direkt am Scannerraum machen, ne? Jawohl, ja. Das wird das herstellen. Okay, das war hier. So. Und jetzt können wir... Ah, jetzt hab ich draufgedrückt. So eine Scheiße. Was hab ich denn da produziert? Oh Mann. Hoffentlich hab ich jetzt nicht das Zapf verbraten. Nein, nein. Jetzt... Da ist es noch, Gott sei Dank. So, was jetzt? Äh... Nochmal rein? Ja. So, und jetzt suchst du den, äh, der Sichtfeld-Upgrade. Ich mein, das müsste oben links sein. Sichtfeld. Computership müssen wir noch haben. Gut. Das heißt also, wir müssen an den anderen Fabrikator. Ja. Und wir müssen was trinken. Ja. Moment, das mach ich mal zuerst. Wir müssen noch was da haben. Nee, haben wir nicht. Okay. Okay, äh, trinken suchen. Das müsste, äh, Nahrung. Nein. Nein, geht da raus. Da. Nein, lässt du drin die Wasserflasche. Gehst raus, äh, Fische fangen. Oh, oh. Fische fangen. Erstmal nur zwei, drei Stück. Jo, da ist einer. Vielleicht noch eins zum Essen, ne? So, und jetzt wieder ab. Hey. Hast mich nicht gekriegt. So, Fische. Nahrung, Wasser. Dann ein Fisch, oder zwei. Ich glaube, jetzt drei sogar, ne? Ah, zwei müssen reichen. Und noch ein Klubschein. Gut, ich versuche es so. Ja. Gut, erstmal was essen und trinken. Der ist gepökelt, der ist gekocht. Gekocht. Ein Wasser. Gott reichen. Und noch ein Wasser, ne? Jo. Zwei Wässerchen. Das war sowieso nochmal raus nachher, bevor wir losziehen. Ja, super. Jetzt gucken wir mal, was wir für den Computerchip brauchen. Ja. Äh, achso. Äh. Ne, war doch richtig. Ne, war nicht richtig. Tu, auch mal richtig. Hier muss ich rein. Äh, um für anzubinden, ja. Ja. Dann bist du auch schon. Elektronik. So. Das heißt, äh. Oh, die Secretingsbums, die blaue. Ich glaube, die haben wir nicht mehr, ne? Warte mal, Falk. Was? Diese, diese Qualle da. Äh, die können wir uns doch besorgen. Ist doch kein Problem. Ja, und Gold bräuchten wir noch. Und Kupferdraht. Ja. Ähm, Kupferdraht war, glaube ich, zwei Silber oder Quarz. Weder noch. Zweimal Kupfer ergibt Kupferdraht. Achso. Seit wann machst du aus, äh. Ja, alles. Silber Kupfer. Ja, ja, Logo. So. Das war auf das Silber. Packen wir doch mal gleich nochmal weg. Das brauchen wir im Moment nicht, ne? Die Diamanten kannst du auch wegpacken. Da stehst du ja gerade. Ja, ja, warte mal. Ach, da. So, dann haben wir den, den, den. So, das Blei kannst du auch wegpacken. Blei. Eins, zwei, drei haben wir davon. Und das Silber hatte ich da schon eingemacht. Ich meine, ja. Silikon, Gold, Silber. Sehr schön. Dann haben wir ja doch einiges an Silber gefunden. Das war Lithium, ne? Lithium bist du hier... Nein, war zurück, zurück, zurück. Neben Silber. Neben Silber? Okay. Das war Lithium. So, da haben wir nicht sehr viel. Die Titan. Oh, das tun wir auch noch. Titan. Das brauchen wir, um einmal Kupferdraht zu machen. Kupferdraht, bitteschön. Einmal Kupferdraht. Huch, was denn mit meiner Maus hier los ist? Entschuldigung, Leute, ich muss mal gerade meine Maus... Das Maus-Petron-Stimme mal weg im Moment. Ich glaube, ich tacker das doch noch fest. So, dann haben wir das. Das ist, glaube ich... Dann brauchst du noch einmal Gold. Gold. Kannst du an den Goldschrank rangehen? Ja. Gold war hier hinten irgendwo. Glas, Kupfer. Da. Einmal Gold. Gehen wir gerade an den Schrank gemischtest. Der war jetzt links von dir. Ne, ist der Silikon... Ach, da. Okay. Ne, wir haben leider keins mehr. Wir müssen was... Aber du kannst ja mal so ein Mitglied nehmen. Oh ja. Okay. So, dann nehme ich das mal. Ja. Da könnte man auch gleich noch ein paar Fasern mitbringen, ne? Für neue Mad-Kids und so. Ne, 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 ne. Meinst du nicht? Ne. Na gut. Die Müll, das Inventar und die Schränke zu sehr zu. Ja. Die Faser. Okay. So. Und jetzt schwingst du deinen kleinen Knack-Propo raus? Ja. Ich schwinge. Und dann fahren wir und holen... ...Quelle. Qualle. Nein. Äh. Keine Qualle? Keine Qualle. Ich brauche doch aber eine Qualle. Nö. Was denn? Pilz. Hm? Pilz. Pilz? Das sind Pilze, keine Quallen. Ach so. Das waren diese rötlichen, ne? Diese... Okay, die... Erst mal ein bisschen höher. Ja. Ups, Moment. Ich bin unter so einem Ding jetzt. Und zwar Richtung, äh... Rettungskapsel. Okay. Moment. Rettungskapsel ist nicht dort. Die ist dort. Okay. Können wir hier hoch? Jo. Machen wir gerade Licht an? Äh, ne. Sind wir nicht die Richtung. Geht weiter. So. Versuchen wir mal nicht. aufgefressen zu werden. Da waren wir schon, ne? Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir da keine Pilze finden, ne? Äh... Meinst du? Meinst du? Gängt an, die wachsen am Hang. Also an den Felsbänden. Ja. Aber... Warte, stopp mal gerade. Guck noch mal nach rechts in die Hülle rein. Guck mal, was da unten noch ist. Ja, gehol mal und so. Mach du, dass du wegkommst. Bist du weg? Los, hau ab. Du warf Fisch. Oh, aua. Den nehme ich mit. So, da noch. So, was war denn hier? Hier ist noch irgendwie... Nicht da rein, hoch. Andere Seite noch abpflücken. Andere Seite war auch was. Ja, auf der anderen Seite vom Loch. Ach da, ja. Aber nur der eine, ne? Ja, und? Aber jede Pflanze zählt, ne? Jo, okay. Jede Pflanze. Zack. Drin. So. Okay, jetzt müssen wir... Ich glaube, wir mussten hoch. Die waren eher unter... Ne, die waren bis 100 Meter, ne? Ja, und die sind auch noch tiefer, also so ist es nicht. Da, guck mal, da, da. Die sind ja uninteressant. Was willst du jetzt mit den Pflanzenfasern, beziehungsweise mit den Büscheln? Ja, stimmt. Wir sollen Pilze sammeln. Die wachsen am Felsen. Wir gehen hier in Richtung. Rettungskapsel. Rettungskapsel. Da ist Rettungskapsel. Oh, da ist Klauer. Ein Klauer. So. Yep. Oops. Ich bin, glaube ich, ziemlich hoch. Oh, dann ist es egal. Sag mal, die kleinen roten hier? Äh, ja und nein. Die sind nur zur Optik. Ach so. Die müssen etwas größer sein. Die sind Tellerpilze oder wie sich die sind ja schimpfen. Ich kriege das blöde Ding noch kaputt hier, echt. Ist jetzt was über mir oder nicht? Nein. Okay. Okay. Schon wieder 82. Moment, wir müssen mal hier gucken. Da sind wieder solche Dinger. Wollen wir die mitnehmen? Ja. Moment. Was ist jetzt? Äh. Was ist jetzt? Ja. So. Okay. Guck raus. Und hin. So, geh mal in dein Inventar rein. Ja. Und dann röstest du noch das Messer aus. Ich glaube, ich lasse die Lampe mal weg. Okay. Jetzt mal Sauerstoff. Ach so, hat noch genug, aber. Nee, hier ist nichts. Okay. Hier gehen wir mal hier ein Stück rüber. Ja. Das ist, glaube ich, etwas größer, oder? Nee, das sind die gleichen. Ja. Das sind die gleichen. Okay, ich versuche es hier mal lang. So, hier. Also, das ist mit dem Suchen, ist aber doch. Was könnte das denn sein? Ohne interessant. Ich kriege mal auf die Finger. Okay, Knopf. Sei froh, dass Valium durch meine Blutband fliegt. Genau. Warte mal, ich muss hier mal hoch. Guck, da ist nämlich Eise irgendwie über uns. Oh, wir sind ziemlich nah am Land. Okay. Dreh dich mal nach links. Ja. Weiter, 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 weiter. Stopp. Jetzt geradeaus. Ja. Hast du irgendwas? Und dann rechts rum. Und dann rechts über oder unter dem Bogen da. Und dann weiter geradeaus. Da ist doch mal Quarz. Oder, nee, doch Quarz. Gib mal Gas. Ja, ich bin etwas zaghaft heute. Ich lebe und da gehe ich nicht. Mehr nach links. Weiter mehr nach links. Weil Richtung Land ist eher unwahrscheinlich. Eher da in diese Canyons hier rein. Ja, so tief nicht. Einfach hier so oberhalb bleiben. Nicht in die tiefen Löschereien. Wie das endet, wissen wir ja beide, ne? Ja, genau. Da liegt irgendwas. Ja, ne Gravitationsfalle. Haben wir die schon vollständig? Die haben wir doch vollständig. Da liegt aber noch was. Ja, noch eine. Okay. Wenn du Titan willst, kannst du das scannen. Nö, wir wollen jetzt erst mal das holen. Ich versuche mal hier weiter zu fahren. Nein, links rum. Weil da fährst du Richtung Land. Diese Richtung. Bisschen. Bisschen. Wo ist rechts? Rechts, rechts. Rechts ist da, wo der da oben links ist. Ja, dann halte ich auch da ran. Hier kannst du mal ein bisschen tiefer gehen. Wann, da sind wieder diese roten? Was? Jetzt muss ich nichts trinken, verdammt. Ich will jetzt nicht trinken. Ich hab doch gar nichts. Immer diese Sauferei. Überall. Ja, ein bisschen Schluckspächt ist doch nichts Neues. War es im ersten Teil, bei Fallout 4, bei Fallout 76. Saufeln kannst du wie ein Loch. Ja. Ich möchte was trinken. Ich muss nach Hause. Wo ist zu Hause? Da ist nicht zu Hause. Da ist zu Hause. Da sind schon wieder die doofen Fische. Ja, ich geh ja schon. Ich verdufte doch schon. Mann, geh weg, ihr doofen Fische. Ich muss nach Hause. Das müsste sie schon sein, ne? Ja. Okay, haben wir da was? Fische dran? Natürlich nichts zum Trinken. So was Blödes. Jetzt muss ich mir einen Fisch zum Trinken suchen. Wir haben da noch eine Flasche. Flasche irgendwo drin. Wieso? Da waren ein oder zwei Stück. Ich hab nur Essen gesehen. Ich hab nur Essen. Da hat tatsächlich... Oh, komm her. Komm her. Ich möchte auch essen. Au! Lass mich in Ruhe, du. Das ist mein Gebiet. Verschwinde hier. Ja, das ist... Ja, dann nimm uns das Messernamenschnitte in deine Initialen rein. So. Jetzt hab ich Faser... Oh, Mann. Warte, du. Ich muss unbedingt noch Wasser haben. So, jetzt muss ich aber rein. Da kommt aber gleich, weißt du, das sag ich dir. Äh, halt da lang. So. Besser weg. Ups, was jetzt? Discord abgekackt. Oh. Geh mal, äh, erstmal in die Basis rein. Ja, ich bin drin. Und mache, äh, mache Trinken, damit ich nicht, äh, umfalle. Ja. Ich mach gleich wieder an. Ja, 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 ja. Äh, essen könnte ich auch einen. Klubscher, würde ich sagen. Das müsste reichen. Den anderen lassen wir so. So, dann einmal kurz ein Fläschchen Wasser. Das reicht noch nicht. Und den Klubscher. So. Ich mach mal kurz an. Wieder gleich. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und lass doch bitte einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.